und ein i5 und 8 gigabyte ram habe ich aber auch und das läuft eigentlich ganz gut so und bei mir läuft es nicht und ich habe da auch windows 7 also an windows 10 liegt es auch nicht du julian dann liegt es an dir ich stell mir die option richtig eigentlich immer es liegt dann am julian wir haben wir noch richtig oder so oder haben wir euch irgendwie verpasst ne wir stehen noch wir stehen hier im enden auf der autobahn sie haben ihren zug verpasst auch schade wir stehen auf der a51 hinter dem rastplatz also davon ist ein rastplatz auf dem rastplatz ja dann kann das sein dass ihr hier seid könnte sein it may be possible mit dem kopfhörer an dem jahr war sein und jetzt habe ich da meine einsam markierung hier ist noch kurz die rast platze aber ich muss doch mal kurz rein warum muss er da rein weil da meine markierung ist da ist meine markierung ja da hat er euch das weinchen gehoben deswegen er hat sich markiert genau ja ich muss da leider rein aber meine eins deine eins markiert doch nicht den rastplatz wie das klingt man markiert doch nicht den rastplatz bist du denn doof das kann doch nicht wer macht denn so was wer macht denn so was geht ja mal gar nicht hast du das kasten hallo kast nicht du hast du sagst du sagst na 50 geht ich sollte aber auch da rein fahren ja ich glaube 55 ist schon wieder zu viel ne jetzt weiß ich nicht hier hört die autobahn wollte ich noch auf den josh warten wir brauchen nicht warten ich krieg das wieder eingeholt ich habe mir mal ein ich fahre 30 doch mal auf den josh war ich bin schon an der mautstation der könnte echt ein bisschen kommt james oder 30 ja dann fassen wir schon mal war das macht einen unterschied das mechste 25 kann mein tempomat nicht das mechste an die förderung der leiter muss aber hauptsache von autobahnen zu so arbeiten probeligen beschissenen einspurigen kreisverkehr oder du hast die mautstelle vorher das ja eben ist so ja entspietet der aber ich war auch oft vor der verkehrsmengel her so von der hat das passt auch so was da hast du meine männern verkehrern sie fähige menschen dran gesessen die das geplant haben die gewöhnen hier ist weil fähige menschen der wirst die was sauber machen ist das nicht schön hier sind wir können schneller fahren doch 60 doch schnell 70 80 80 ist erlaubt und heißt 90 er konnte aber gleich eine abbiegung er ist egal ich bremste mit dem tempomaten einfach eigentlich müsste man jetzt rechts rumfahren weil da habe ich nicht freigeschaltet oder sind wir doch kosten wir können das stück rechts rum gerne noch nein 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 erinnert ihn einfach immer dran wer müde ist alles geil mit dem bär also wenn er mal wieder so ausflüchte hat dann du bist müde genau karsten strecke freischalten ist nicht du bist müde du bist jetzt müde sie sind ja nicht müde sie sind nicht müde nö Patsache das ist ja rechtlich für eine Straße das ist aber nicht eingezeichnet nee da kann man auch nicht langfahren die ist nur zur Deko 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 was ist hier dekorativ Deko woher weißt du nur das dekorativ ist aber ich glaube die wird garantiert in einem update wird die mal freigeschaltet glaube ich auch definitiv oder in so einem freischalt hack oder so das ist den Entwicklern SCS sehr wichtig dass die so eine kleine Bubstraße fahrbar machen also das ganze mit diesen wieder doppelt auf die Gänen und so ganz ehrlich das ich glaube dass Frankreich noch nicht am Ende ist ich glaube dass er noch Straßen dazukommen werden sollten sie jetzt auf andere Bereiche konzentrieren wir sind ja gar nicht und wir sollten abdaten werden im Jahr wird ich würde auch in Deutschland geht es nicht sein ja ich auch die werden die ganzen Stimmen auch das ist Standard Content das muss doch so geupdatet werden jetzt fangen wir auch an Jetzt musst du für alles bezahlen. Aber selbst diese neuen Aufflieger-Teile, wo du so einen Anhänger dran hast, die kommen ja auch kostenlos. Das ist doch Abzocke. Ja, aber Frankreich hat ja auch Geld gekostet. Ja, das ist ja nicht Standard. Doch, teilweise war es doch Standard-Content. Ja, eben. Ja, aber nur ein ganz kleiner Teil. Vier Städte. Ja, und wenn du das mit Deutschland genauso machen. Aber Deutschland hat mehr als vier Städte. Ja, aber wie willst du Deutschland weiter ausbauen? Ja, noch mehr Autobahnen. Und schöner. Und schöner machen vor allen Dingen. Vor allem, es gibt in Deutschland nicht nur die Autobahnen, die da sind. Josh. Nee, es gibt auch die 535, die A44. Ja, let's make Deutschland great again. Und, äh, Schönau. Und Schönau? Oder Schönau? Nee, Schönau. Also, wie die Bahnmap. Du musst um die Schönau machen. Nee, wir fahren das aber nicht freigeschalten. Was? Willst du nicht reinfahren? Nichts Straßenbahn im ETS? Boah, klar, ich fahre mits Straßenbahn im ETS. Ja, das ist der neue heiße Scheiß. Ja, der neue heiße ist shit, bro. Alter. Alter. Echt? Oh, der ist nicht allein. Oh, der ist nicht allein. Aha. Was ist nicht allein? Ghost driving. Ghost driving. Das machten wir ja zum Glück gar nicht. Und ab 19 Uhr liegt. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Achtung. Reddy Lkw. Wow. Unterdick auf der Bremsenstil. Also, ich hab dann auch meine Video drauf. Ich auf meinem auch. Du auf Carstens Channel. Das war schön, das war schön, Josh. Hatte ihr jetzt auch zwei Räder mäßig, oder? Ja, ja, das hat Spaß gemacht. Aber schön hier, ne? Ja. Aber schönes Kaff hier. Mach doch mal ein paar Fuddles bei Tag. Ich hab nicht mehr lange Zeit. Ah, da war ein Speedometer. Speedometer. Ein Speedometer. Boah, Johan, das ist so Speedometer einfach. Hi, Josh. Hi, Josh. War echt schön, was der Josh da gerade gemacht hat. Ja, es war auch einfach schick. War schön. Das hatte was, das hatte, das hatte viel. Ein wenig Schildes, aber es hatte viel. Du, Max, so viel in den Linken aus dem Spiel geguckt, dass ich nicht mehr auf Carsten geachtet habe. Josh, da kommt einer. Josh, Josh. Ich hab'n eigenes Nacken. Nein, du hast keiner wie Josh. Ghost Driving ist nur der Nacken. Josh, wo ist er denn? Josh. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh Gott, das Problem ist jetzt... Hört sich so... Jetzt machen das gerade... Jetzt machen das gerade Josh und Luisa. Ja. Jetzt kann jetzt nicht... Der oder die eine, den oder die andere... Der, die das... Streicheln... Ja, du möchtest aber nicht, dass wir uns fällt, das wie das Streicheln, Julian, das ist... Das möchtest du nicht. Nein, macht er doch sonst auch immer auf, wenn Livestreams in die Kamera los. Ja, Facecam. Hm. Hm. Spiel dir erstmal noch eine Fleiz-Ingolator. Wir müssen hier wie abbiegen, ne? Uh, 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 warum bist du auf einmal so nah? joke... Hooridadolter, hau, hoho want, jaja çokf, euoh? Tschuldigung, aber der Gravity, ist er aber halberijing. Ja, halberijing. Hoor Hey, Jungs, wofür, goainen, wofür,oki, oаны, soweit hau. Angeln, wofür wie inumpen, ja, o sûr beginnt. Scheiße, heu, hoho, Miles, ja, o胡? Ohto, hoah, Trung, na cm, ja, o тысяч. founded it, d.h., ach v. Hau, ne, p.h. Kl당히, reviewed-Proit況. um fahrt ihr Säcke warum fährt denn mein LKW? Fahr du Sack! Danke! LKW fährt nicht mehr! Mein LKW will nicht mehr! Wir versorgen die Leute mit wertvollem Content! Chaoten wir stehen nur für niveauvollen Content! Also bei mir war da grün! Bei mir auch! Das ist so die ETS Multiplayer-Ausrede bei mir war da grün! Bei mir war da auch... Grün ist doch oben, ne? Ja, finde ich auch! Also alle Lampen sind grün! Ich sag einfach, also bei mir war grau! Ach, da hast du aber ne rot-grün-Schwäche! Nein, die hab ich! Ja siehst du, da können wir dir auch sagen, dass der rot ist, ich vertraue! Und ich bin blind, ich hab das rot angeblich nicht gesehen! Der Pisser hat gar nicht runtergeschaltet, mein LKW! Der Pisser! Sagt dir, der Pisser zu deinem LKW hat auch Gefühle! Nee! Oh! Oh! Wo ist denn der rumge- Du bist ja der seitlich rumge- Oh, da ist ein- Oh! Oh! Was, 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 was? Das ist ein Winzerschild nach dem Kreisverkehr, das sieht so geil aus! Hätte ich gar nicht gesagt, habt ihr damit gemacht, aber das ist schon ganz weit weg! Dann könntest du weit weg! Dann könntest du weit weg! Dann könntest du weit weg! Warte, ich hab doch 5000 Rückwärts-Gänge! Oh! Oh! Hi! Hi! Ich werde froh, wenn meine wieder anspringen, danke! Achso, deswegen parkst du hier im Vogel! Oh, falsch rum! Ja! Ich hab einmal bei dem James angekuschelt, oh, James! Das war ich! Wo willst du hin? War das der Carsten? Ja, ich will da zu den beiden Reben teilen! Ja, ja, aber warum nicht auf der Straße? Weil ich nicht fahren kann, Carsten! Achso, okay! Weil ich nicht fahren kann, sie's ein! Ach, ich hab ein Sel-Plan-Lkw! Das muss ich gucken, dass ich das E-Mail mit da drauf bekomme! Du musst dich auch daneben stellen! Fuck! James ist wieder scheiße, weißt du? Was warst du da vor? Du siehst gerade voll gegen den Busch gefahren! Ich bin gegen den Baum gefahren, aber ich war anders hingekommen! Oder was ist das? Oh, das ist ein geiler, geiler Sonnen-Dingespunkt! Warte mal, hier! Ich bleibe mal, hier! Ich bleibe mal, hier! Ich möchte mich gerne zugesellen! Wenn ich nicht ständig gegen irgendwelche Alfa-Wende fahre! Alfa-Wende! Hey, du bist auch so, Alfa-Wand! Weil meine Wand kaputt geht, nicht deine! Hier ist die Wand! Alfa-Kevin-Wand! Alfa-Kevin-Wand! Na gut, jetzt war der mal weg! Aber das Fahrtnet ist mega! Aufnahme-poppen! Also, wenn jemand... Also, boah! Ne, ich will nicht das gleiche haben wie du! Boah! Ich will das nicht das gleiche! Entschuldigung, Julian! Was, du das? Tut mir aber leid! Ja, ja, ich weiß, dass wir das total... Warte, ich fahr jetzt einfach durch den Kreisverkehr! Ich hab gar nicht, ich fahr raus! Deine Sünde sei dir vergeben, James! Ich nehm hier einfach diese... Bitte einfach fünf, der Vaterunser und zwei Rosenkränze und dann... Ach, schade! Der Julian ist schon weg! Das ist ein Parkplatz! Ja, James, ich bin nicht vollkommen bescheuert! Boah, jetzt hab ich ein geiles Thumbnail! Huhu! Thumbnail! Nur Tits an Regie! Aber schön hier, ne? Für diese Folge gibt's ne coole Thumbnail! Sehr gut! Das ist ein Schaf! Ah ne, das ist ein Tontopf! Das liegt hier alles rum! Und da hinten, äh, da ist... Da ist ein Tontopf! Wie heißt denn nochmal? Flieder, ne? Boah, schön! Flieder! 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 Lavendel! Lavendel! Ist auch Lavendel, ne? Lavendel! Wie die Treppe! Das versteh ich gar nicht! Lavendel Treppe! Weil, warum was? Boah, ja, die französische Lavendel Treppe! Ja, ein Hund auf französisch Labello! Ah, das ist halt... Boah, ist das geil hier! Warum ist das eigentlich nirgendwo sonst so geil? Weil, dass das neueste ist hier! Ja, aber... Die anderen, also Autobahnstellen, finde ich immer so... Ah! Ja, das sind halt Autobahnen! Ich hab mein, mein, mein Tumpnail mit dem Dingsbums jetzt auch! Weißt du? Da ballert sie ja auch so vorbei bei den Autobahnen! Unseren ETS Let's Place haben sich schon ein bisschen verändert, muss ich sagen! Ne, wir fahren in 250! Ähm, früher haben wir nämlich, ähm, warten müssen, weil irgendjemand in der Werkstatt stand! Jetzt müssen wir immer noch warten, wenn jemand in der Werkstatt stand! Oh, das ist cool! Verzögern aber nochmal zusätzlich, weil wir jeden Scheiß fotografieren, der uns vor die Flinze kommt! Was hat der Carsten denn da gefunden? Ich hab das mit dem Thumbnail, äh, so ein bisschen, äh, initiiert! Ja, aber, n, 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 n... Wir haben das auch... Ja, Jürgen springt ja auf den Zug nicht auf! Verlängern, ne, ich mach immer nur ein Thumbnail! Warte mal, Carsten, ich stell mich mal mit dazu! Oh, Josch, 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 wir müssen noch warten, Josch, 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 wir müssen noch warten, Josch! Herrlich! Ich mach jetzt nur noch eine Thumbnail für alle Folgen! Mhm! Nee, ich mach jetzt nur noch einen Standard-Thumbnail! Mhm! Ich mach gar keine mehr! Da vor allem ich, ich bekomm grad den Einspruch, du... Guter Punkt, würde ich aber so sagen! Ja, ja, das ist in der Tat ein gutes Argument! Ja, ne? So, schon, so... So, komm, jetzt können wir eher weiterfahren, äh, vorwärts! Aber vorwärts, nicht rückwärts, James! Guck mal, die anderen sind schon so weit vor, die seh ich schon gar nicht mehr auf dem Namen! Die warten gar nicht! Nee, nee, die fahren grad nur für 25! Auf euch fahren wir nicht, wir machen jetzt unser eigenes Let's Play! Wir fahren das auf Europa 3! Genau! Wir machen euch fertig! Ich mach dich auch gleich auf Europa 3! Ey, ich hol alle meine Cousins und dann hau ich dich kaputt! Digga! Nee, ich hab Brüder! Ich hol meine Armee und dann mach ich dich platt! Ich hol meine zwei Armee! Ich schwöre, Digga, amk! Weißt du, Digga, schmutzig! Boah, ja, amk! Ja, amk! Ja, ja, amk! Ja, ja, amk! Ja, ja, amk! Ja, amk! Ja, amk! Ja, amk! Ja, amk! Das hast du nicht gesagt jetzt hier, gell! Na, das ist ganz nett, dir über die Autobahn gehör! Ganz nett! Ganz nett, sowieso! Das ist der kleine Bruder von Scheiße! Ja, die Autobahn ist halt! Die Autobahn ist halt! Die Autobahn ist halt! Eine Autobahn! James Axe has stopped running! Die Autobahn ist halt! Die Autobahn ist halt! Die Autobahn ist halt! Die Autobahn ist halt! Halt die Autobahn! Die Speichersprungadresse ein bisschen fehlerhaft! Genau! Ja, dann wollte ich noch mal!